Guten Morgen, heute ist der zweite Tag von Thai-Deutscher Familienausflüge. Zwei Übernachtungen im Thai-Familienhaus. Hier ist unser Wern, ist bereit für die Ausflüge. Heute fahren wir zum Krokodil-Farm, in der Nähe von unserem Haus. Heute früh, wir haben Thai-Frühstück, also mit der Partei. Ja, und dann Nachmittag, ein wunderschöner Programm mit Thai-Massage. Ah, genau. Okay, ja, danke Ihnen. Smile, alle bereit für die Ausflüge, ja? Speziell Programm. Zum Krokodil und dann Massage. Ja. Ja.